Grundsätzlich sind Sachspenden eine sehr gute Idee. Brot für die Welt hat sich allerdings entschieden, in der Regel keine Sachspenden entgegenzunehmen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Auf der einen Seite versuchen wir die Wirtschaft vor Ort in den einzelnen Ländern zu stärken und die Geräte und die Hilfsgüter, die wir brauchen, vor Ort zu kaufen. Auf der anderen Seite ist der Transportweg von Ländern, die auf Tausende von Kilometern entfernt sind, sehr weit. Außerdem sind Geräte, die wir vor Ort kaufen und besorgen und dann auch einsetzen, viel besser an die lokalen Gegebenheiten angepasst und in ihrer Funktionalität nicht eingeschränkt.